Mein Name ist Tini, geboren und aufgewachsen bin ich in München. In den vergangenen Jahren hatte ich das Glück, fast die ganze Welt zu bereisen. Und hier in Berlin habe ich mein neues Zuhause gefunden. Familie ist sehr wichtig für mich, ebenso wie meine Freunde. Mein Album Tessa ist nach einer meiner besten Freundinnen benannt, die mich in meiner Entwicklung als DJ und auch Produzentin maßgeblich supportet und mir auch Ibiza nähergebracht hat, wo ja der Großteil meines Albums entstanden ist. Die Musik ist jedoch nicht vom Hedonismus der Insel geprägt, sondern eher von ihrer Ruhe und Magie. Ebenso wie von meinem persönlichen Umfeld und auch den prägenden Bekanntschaften, die ich dort gemacht habe. Von denen einige jetzt sogar in meinen Tracks zu hören sind. Tessa ist meine ganz persönliche Definition von Hausmusik. Mein musikalisches Tagebuch sozusagen, auf das ich sehr stolz bin. Denn es steht dafür, was ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das ist meine ganz persönliche Definition von Hausmusik.